Mildes Klima, Rhein, Reben. Eines der besten Thermalwässer Deutschlands. Überdurchschnittlich viele Sonnenstunden. In Bad Bellingen ist das Leben von Natur aus ganz entspannt. Hier weiß man Traditionen noch zu schätzen. Alles in Bad Bellingen ist ganz typisch Markgräfler Land. Ein Markenzeichen des Markgräfler Lands ist der kulinarische Genuss. Gekocht wird mit frischen Zutaten aus der Region. Und wie es sich für eine Genießerregion gehört, natürlich mit viel Liebe zum Detail. Sonnenschein und mildes Klima tun nicht nur Land und Leuten gut, sondern sind auch beste Voraussetzungen für den Weinanbau. Aus den regionalen Winzergenossenschaften und privaten Weingütern stammt mancher Edler Burgunder, Pinot Noir, Merlot und Regent. Trotzdem ist der leicht bekömmliche Gutedel noch immer des Markgräflers Lieblingswein. Bad Bellingen war früher einmal ein Fischerdorf, direkt gelegen an einem Seitenarm des Rheins. Doch das Wasser zog sich immer mehr zurück und schaffte somit Platz für einen anderen wichtigen Lebensraum, den Bad Bellinger Kurpark. Ein Park ganz anderer Natur ist das Landhaus Ettenbühl in Bad Bellingen-Hertingen. Einst war es ein reiner Privatgarten, in dem sich die Besitzerin ihrer Leidenschaft, der Zucht historischer Rosen, widmete. Doch die Liebe zur Königin der Blumen wurde immer größer. Und so entstand daraus im Laufe der Jahre ein 5 Hektar großes englisches Gartenparadies, mitten im Markgräfler Land. Bad Bellingens Übernachtungs- und Freizeitangebot ist vielseitig. Überall ist die Natur ganz nah und lädt ein, diese zum Beispiel mit dem E-Bike aktiv zu genießen. Im Drei-Termen-Golf-Resort spielen sie auf zwei 18 Lochplätzen Golf mit Blick auf den Rhein, den Schwarzwald und die Alpen. Green-Viehspieler jeden Handicaps sind herzlich willkommen, denn hier ist Golf ein Sport für jedermann. Eines von Bad Bellingens sinnlichsten und zugleich vergnüglichsten Erlebnissen ist ein Spaziergang durch den 800 Meter langen Barfußpark mit unterschiedlichen Bodenbelägen und Balancierstationen. Bad Bellingens Kurpark dient nicht nur zur Erholung, sondern auch der Geselligkeit. Einmal im Jahr findet hier das große Lichterfest statt. Man trifft sich zum Konzert, Tanz unter freiem Himmel, einer Partie Bull oder einfach um gemeinsame Zeit und das Leben zu genießen. Mitten im Kurpark befindet sich Bad Bellingens wertvollstes Gut, die mit fünf Medical Wellness Stars ausgezeichnete Balinea-Termen. Aufgrund seines hohen Mineralsals- und Kohlensäuregehalts zählt Bad Bellingens Thermalwasser zu den besten Deutschlands. Das wissen nicht nur Kur-, sondern auch Urlaubs- und Tagesgäste mit Rückenbeschwerden, Rheuma, Arthrose, Arthritis, Muskelverspannungen, Stress und Erschöpfung zu schätzen. Immer öfter trifft man sich hier sogar zum sportlichen Vergnügen, denn aktiv etwas für seine Gesundheit zu tun, liegt im Trend. Talgo-Körperpackungen, Hamam, Peelings, Massagen. In den Balinea-Termen findet man Entspannung nicht nur im Wasser, sondern auch in der modernen Wellnesswelt. Im 600 Quadratmeter großen Saunapark mit verschieden temperierten Innen- und Außensaunen und wunderschönem Relaxbereich. Und in der direkt bei den Thermen gelegenen Balinea-Totesmeersalzgrotte. Bad Bellingen im Markgräfler Land. Hier wird Erholung zum Erlebnis. Bad Bellingen. Hier bin ich in meinem Element.